Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Wir spielen heute eine Runde GTA 5 alleine und wir fahren heute wahrscheinlich ein paar Rennen. Und ja, hoffentlich hört ihr auch die Musik im Hintergrund. Die ist von NCS, steht doch nochmal unten in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei, da gibt es immer gute Musik. Musik Gestern kam ein Fortnite Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne. Das eine war wichtig, da bin ich nur gestorben. Aber dafür kommt heute ein GTA Video. Hier geht es auf jeden Fall ein bisschen zu abonnieren und wir filmen einen Daumen nach oben. und dann geht es auf jeden Fall wie ihr da seid. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. Okay, now you can go a bit of Ombandor, and it's so cool. Ja, die Hohenbucht war nicht da. Ein bisschen viel lang da mit dem Auto. Ah, halt. Ja, die Hohenbucht. Wenn ich die Sprung jetzt was schaffe. Oh, 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 oh. Alles knapp heute aus. Das hier geht nicht mehr, aber... Kann auch werden. Oh, ich glaube nicht. Ich mag das hier. Mein Gott, ne, diese Hunde. Kann war Leute, das ist auf jeden Fall nicht das Eintritt zu erreichen, was nicht kommt. Ich kann euch jetzt auch noch nicht mehr weg. So Aber Und der Schmeckt die Swinshaut von mir? Oh Gott, das kann man blöd jetzt nicht sehen Jetzt in eine ekelperspektive oh Gott das wird auch nicht so gut oh jojo ich brauche oh jojo jetzt ist die letzte 6 wie viele sind so und und bloß das und 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 Ich habe den Punkt, dass ich hier alles festgelegt habe. Ich habe den Punkt, dass ich hier alles festgelegt habe. Ich habe den Punkt, dass ich hier noch ein bisschen rauskomme. So. Und ich nehme jetzt voll mit das Ding, das, ne doch nicht. Eieiei, oh, ich hab's gerade noch geschafft, nice, ganz knapp. Und jetzt weiter, wie geht das, schon mal schön, am letzten auf dem zweiten, dass das eigentlich so schnell ist, und dann den Helikopter, den ist nicht der beste Pilot, der jetzt noch weg, scheiße, ich glaub, das sind gar nicht gemeint, eigentlich schon, aber nicht in die Röhre, warum steckt der denn jetzt, der ist noch steckend, der Helikopter, ey. Ich bin jetzt weg, das ist ja scheiße, ich kann doch nicht mal richtig starten, die die Lieder. Mein Gott, ne. So, jetzt, wenn wir da rum. Das bringt mir jetzt auch nichts mehr, ich bin jetzt schon fünfter. Da, ey. Und vierter. Was ist denn jetzt? Oh Gott, das ist ein bisschen zu hoch, oh Gott. Und wenn wir nun mal gut, drei jetzt. Und wenn wir nun mal gut, drei jetzt. Vorsicht. Vorsicht. Ah, dieser Hund. Ich muss denn hier keinen GTA-Modus an, ey, was für eine Reichenverwandlung in der geht's ja leider nicht. Hätte ich denn so eine schöne Haftbommel in seine Fresse geschnüßen. Okay, Leute, wir sind dritter, das ist noch gut. Noch. Wir sind zweiter schon. Erster wäre noch schöner. Wenn wir das Erste wären, dann ist gut. Hoffentlich macht der Erste irgendwo einen Fehler oder so. Auf jeden Fall, vergett auf jeden Fall nicht zu abonnieren und auch die Glocke zu drücken, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und dafür passt auch keine Gaming-Videos mehr, Vlogs oder ähnliches. Und wir sind erst aber wahrscheinlich so groß, weil doch drin kann ich aber nur nicht die Bekoppel. Und das ist ganz leicht. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Ja, wertschoi皆 wie kaputt, ne? Daniel Schm С Sendung, Front. Aber egal Material.* Immer mehr zum drimmen. Das mit dem Heli jetzt ein Teil, dann wird das gleich erst so sein, aber vielleicht kommt ja wieder der Heli, oh jetzt hinter drückt schon zwei hinter mir. Ich habe gesehen, dass so viele Leute meine Videos gucken, aber keine Abonnenten von mir sind. Also abonniert, das ist kostenlos, das kostet euch keinen Sinn und ich werde es nicht die locker zu aktivieren. Gute Musik und dann wird es wieder überholt. Gute Musik. 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 Wie hoch ist es? Hier... Wie ist er denn die ganze Zeit von mir, Alter? Kann ich sonst gehen nicht? Wie aus jetzt ist er wirklich gestorben? Flamm Ich war letzte und habe mich auf den ersten Etats. Wenn ich jetzt gewinne, ey dann... Ach du Scheiße... Jetzt bin ich noch vor mir aber er hat nicht gewiss. Ich bin über 100. Aber jetzt hat er es gespielt. Wann geht? Ich bin leider nur Zweiter. Aber besser als Zwölfter. Wer ist Erster? Ich bin Zweiter. Ja Leute, Zweiter. So fährt man Rennleute und nicht anders. Wer ist Erster gewesen, wäre auch schön gewesen, aber... ... 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 … ... ... ... ... ... ... ... nicht zu abonnieren, auch die Glocke zu aktivieren, Daumen nach oben zu geben, schreibe auch gerne einen mittel Kommentar. Das war die Glocke. Bis es los geht. Das war mir nur noch bis es los geht Leute und dann sehen wir hoffen es auch dieses Rennen. Auf jeden Fall kommt auch heute wieder eine Challenge mit Glocke an. Könnt ihr euch natürlich wieder drauf freuen. Sitzung wird los. Akuma. Ok, irgendwie Akuma. Okay. Okay. Ich bin ein Gehirn, ich bin ein Gehirn, ich bin ein Gehirn. 3 Schafen mit dem Rockett-Wall-Hick 3, 3, 1, so gut 2 Booster drin 1, so gut 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.